Stinken muss es? Typisch Schweiz, bei uns muss alles in den Haken haben, sonst ist es nicht richtig gut. Zum Beispiel beim Skifahren. Drück zur Natur auf, dass es mal ein bisschen windet. Ein bisschen durch den Boden, sonst ist es nicht richtig Skifahren. Und, ein bisschen stinken muss es? Sonst ist es nicht richtig abgelehnt. Komm, für mich und dir.